Herzlich Willkommen in Mitweida zu eurem Studiumsstart. Wir, das Karierservice Petra, möchten euch gerne symbolisch diese Torte überreichen als Sinnbild dafür, dass ihr ein großes Stück vom Kuchen für euch gerne abschneiden dürft. Der Karierservice sieht sich als Schnittstelle zwischen den Unternehmen und den Studierenden. Symbolisch für die Torte geben wir uns den Slogan, backt euch eure Karriere selber, wir liefern euch die Zutaten. In diesem Sinne schneide ich jetzt den Kuchen an und gebe diesen weiter an meine Kolleginnen. Mein Name ist Katrin. Im Rahmen des Projektes Talent Transfer vernetzen wir euch mit regionalen, kleinen und mittelständischen Unternehmen. Findet so euren Traumjob und werdet sichtbar für regionale Arbeitgeber. Hallo, mein Name ist Elisa. Im Karrierservice kümmere ich mich mit um den Jobteaser, auf den ihr euch gerne anmelden dürft. Dort könnt ihr eure Dokumente hochladen, zum Beispiel euren Lebenslauf, findet außerdem aktuelle Veranstaltungen zum Karrierservice und erhaltet außerdem eine Vielzahl von Angeboten zu Hiwis, weiteren Nebenjobs und ähnlichem. In diesem Sinne lasst euch das Studium gut schmecken und alle weiteren Kontaktdaten findet ihr oben in der Ecke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.